Ach du... Warum bin ich hier, Gandalf? Für eine Zusammenkunft kein schöner Ort. Glauben mir, Radagast, ich hätte dich nicht ohne triftigen Grund gerufen. Falls unser Feind zurückgekehrt ist, müssen wir das wissen. Geht zu den Grüften in den Bergen. Die Felshöhe. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe Gott sei Dank... Ach, jetzt kann ich den Vogel retten. Das ist doch schon mal schön. Jetzt ist nur die Frage, war noch irgendwo ein Tierchen. Ich glaube, irgendwo lag noch ein Maulwurf. Das könnte ich jetzt natürlich auch noch erledigen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der lag. Öffne dich! Öffne dich! Zeig mir dein Geheimnis! Aber hier war ich auch schon drin, ne? Jo... Jo... Hm... Das habe ich auch schon gemacht. Hu... Ha... Hu... Ha... Hi! Der Maulwurf war, glaube ich... Äh... Da, wo wir dieses... Dieses Camp hatten. Ne... Ne, 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 ne. Das war hier irgendwo. So... Ähm... Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Folge. Eine kleine. Wo ich versuche, die frei zu sch... Kaufen? Kaufen. Habt ihr die Möglichkeit, Reittiere zu verwenden? Natürlich habt ihr die. Schönes Ding, schönes Ding. Ein blaues. Okay, wohin wird mich der Weg führen? Der führt mich dorthin. Okay, da möchte ich nicht hin. Ich möchte jetzt erstmal zu einer Statue. Die Statue habe ich hier. Auf der Seite. Äh... Ne, warte mal. Die habe ich hier. Da ist die Statue doch mal. Meine Güte. So. Dann bring mich mal... Bring mich mal... Ja, ich glaube, hier rein ist gut. Habe ich da überhaupt eine Statue am Start? Wahrscheinlich komme ich da noch gar nicht rein, ne? Oh, das ist belastend. Das ist belastend. Da komme ich bestimmt nicht rein. Ich versuche es trotzdem einmal. Okay, wir gehen hier hin. Zu einem Lagerfeuer kann ich auch. Habe ich hier ein Lagerfeuer oder sowas? Habe ich vielleicht hier versteckt in der Stadt? Geht das? Achso, ne, dann setze ich das nur so als Ziel fest. Was ist denn hier? Das ist doch eine. Ja, genau. Da möchte ich hin. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Mal gucken, ob ich da mal ein, zwei Charaktere freischalten kann. Muss ja nicht sofort alles... Oder muss ja nicht alles nach der Hauptstory machen. Kann ich auch währenddessen machen. Einfach mal... Ne? Einfach mal... Weg von der Linie. So, wir sind da. Hallo. Will ich dich freischalten? Du bist gekauft, mein Freund. Du bist gekauft und dafür kriegst du eine. Zack, zack. So. Wer bist du? Muss ich das auch kaputt machen, die Dinger hier? Ah, kriege ich aber nichts für. Okay, den haben wir schon mal. Hier haben wir irgendwo einen Bauplan. Hier entlang. Kann ich da rüber? Oder fliege ich ins Wasser? Ich könnte, wenn ich schnell genug bin... Jawohl, schön. Und wie komme ich da raus? Du hast ein Problem? Das kann ich machen. Ähm... Da haben wir doch einen, oder? Das war Wasser. Das war eine Falle. Komm ich hier rüber? Jawohl. So. Gefunden. Und noch einen. Du folgst mir? Oder läuft das wieder wie mit den Ziegen ab? Dass das nicht funktioniert. Ich bring dich erstmal wieder zurück. So. Einen haben wir schon mal. Hier bitteschön. Hier bitteschön. Mhm. So. Einen brauche ich aber noch. Da nehme ich den. Was ist das? Ist das eine Schmiede auch? Da muss ich gleich mal reingehen gucken. Äh, ich muss hier lang. Gut, das ist hier aber ganz schön verzweigt, ne? Oh, dankeschön. Achso. Ja. Komm mit. Ich zeig dir was. Komm mit. Chefin ruft. Geh mir aus dem Weg. Bin Zauberer, verdammt nochmal. Aus dem Weg. So. Bitteschön. Bitteschön? Ne? Ja. Kein Thema, kein Thema. Ich verspreche dir, sobald du das Lied hörst, wirst du wissen, dass es den Aufwand wert war. Ach nein. Ich, ich, ich muss los. Urenkels Sohnes Sohn. Urenkels Sohnes Sohn. Und Gras soll wieder gedeihen und Wälder aufhängen und höhen. Vom Berge die Quellen speien, Gold in die Flüsse und Seen. Die Krone wird neu erstrahlen, die Harpe wird neu gestimmt. Dass bald man aus seinen Hallen die alten Lieder vernimmt. Schon wollen die Wasser, die Schröte, schwindeln im Himmel und Erd. Wenn ja viel Leiden und Erden, der König wieder klärt. Hm. Grausam. Dafür kriegst du einen. Und du auch. Okay, da kann ich nichts machen. Kann ich die eigentlich abfeuern? Gibt das irgendwas? Passiert da was? Ne. Wenn ich doch jetzt alles mitnehme, müsste das doch auch steigen. Ne, der steigt erst gleich. Oh, hier geht's rein. Direkt mal ausprobieren, was es hier gibt. Wenn ich schon mal hier bin, gucke ich auch mal kurz rein. Hohohoho. Leute, was ist das denn? Ach, da weiß ich wieder nicht, wie das funktioniert, ne? Weil jedes Mal, wenn ich runtergehe. Oh, ich brauche einen schnelleren. Egal, ich hab's. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Oh, tschüss. Na gut, wenn man unsterblich ist, ne? Ja, da. Geh ich mal zu dem Typen. Hast du eigentlich auch noch eine andere Waffe? Ne, du hast immer noch nur den Stab und das Schwert. Wer ist ja jetzt neu. Uh, uh. Dich. Neh mich. Braga. Ja, weg. Ich seh nix. Ja, genau. Stimmt. Huch. Warum haben wir hier ein Schild? Oh, was heißt das? Ist hier was Wichtiges? Was Cooles? Hast du was Cooles für mich? Hier soll ich was bauen, ne? Die beste Steinschleuder. Ne. Das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt genügend Materialien dafür da habe. Aber das schaut doch gut aus eigentlich. Ähm. Ja, das schaut sehr gut aus sogar. Baue ich dir. Kein Problem. Was? Äh. Jetzt geht's schon los? So schnell schon? Okay, hab ich. Das Ding. Und das Ding. Und das Ding. Und das Ding. Äh. Äh. Das hier. Äh. Boah. Das war aber jetzt. Das war eine fiese Nummer. Aber das Teil ist geil. Wenn du da den schwarzen Pfeil dann reinpackst. Die größte Steinschleuder aller Zeiten. Aber die coolste. Aber wie heißt es so schön? In der Not frisst der Teufeldrachen. Hallo, die ist, die ist richtig cool. Die ist, die ist richtig, richtig gut. Oh, du möchtest auch was? Ich dachte, die Luft aus düster Wald sei flussabwärts geströmt und es wäre nur meine Fantasie. Aber nein. Die Billwisse haben unsere Boote tatsächlich gestohlen. Sieh sie dir an. Sie dümpeln völlig sorglos dahin. Ich bin ein schlechter Schütze. Aber jemand muss diese frechen Kröten ins Wasser werfen und ihnen eine Lektion erteilen. Gut, dass ich doch ein Katapult hier gebaut habe, ne? Oder eine Steinschleuder, sagte er, ne? Eine Steinschleuder. Das ist doch keine Steinschleuder. Was machen die denn? Die tauchen einfach so auf. Wie ein Moorhuhn schießen. Ja, wie schmeckt euch das, ihr unzivilisierten Bootsdiebe? Vielen Dank dafür. Die Billwisse ins Wasser plumpsen zu sehen war den Diebstahl meiner Boote allemal wert. Oder sag ich auch immer wieder. Sehen wir jetzt mal nach den Schäden. Einen Reißen. Dieses mhm, das war gruselig. Guck mal, das hört sich so an, als wenn jemand neben mir gerade ist. Mach's halt nicht nochmal. Weg mit dir. Die ist ja voll gaga. Das war aber... Boah. Mhm. Mhm. So, was haben wir hier noch? Wir haben da noch ein rotes. Ist denn noch jemand, dass der Meister einem Maulwurf ähnelt? Ich zeig den Maulwurf. Stehe der etwa hinter mir? Ich zeig den richtigen Maulwurf. Oh, schade. Hast aber Angst gekriegt, ne? Gib es zu. So, hier müssten wir irgendwo noch das Fragezeichen haben. Mhm. Okay. Entschuldigung. Dann hier nicht, sondern da. Rüstung. Ich kann sagen, ich sei eine Last auf dem Schlachtfeld. Weil ich keine Angriffe abwehren könnte, müssten sie mir dauernd zur Hilfe kommen. Würdest du mir eine Mitril-Spiegelrüstung schmieden? Die soll jeden Angriff mühelos abwehren. Ich kann dir dafür das Geheimnis verraten, wie man reich wird. Oh, okay. Mach ich. Aber dafür brauche ich ja auch erstmal wieder den Bauplan. Was möchtest du? Du kannst... Ja. Da brauche ich aber erstmal die Entwürfe. Die habe ich, glaube ich. Aber ich kann sowieso mal einmal nachschauen, welche Entwürfe ich überhaupt habe. Weil ich glaube, hier ist auch ein Schmied. Komm ich da... Von hier aus schaffe ich das, glaube ich, nicht ins Boot, ne? Nee, das werde ich nicht schaffen. Das ist zu weit. Das ist ein bisschen zu weit. Okay. Gehen wir hier entlang. Kann ich hier eigentlich auch die Pferde auspacken? Jo, geht sogar auch. Nice. Kriegen wir hier zwar überhaupt gar nichts, aber... Hier. Oh, das sieht aber gruselig aus. Wird das kaputt machen? Oh, das sieht aber auch gruselig aus. Was ist das denn hier für ein Apparillo? Charakter verwenden. Bearbeiten. Rot. Rot. Rot? Rot. 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 Ach, hier kann ich mir die zusammenbasteln? Und dann kann ich die auch verwenden. Waffen wären wichtig. Der Rest ist ja eigentlich egal. Ist ja cool. Was machst du da mit dem Vogel die ganze Zeit? Lass den Vogel in Ruhe. Das wären die Waffen, ne? Eigener Name. Reicht. Passt. Löschen. Ah, hier lösche ich das. Okay, so lösche ich das. Name. Das kann ich nicht löschen. Ah, so. Okay. Ähm... Wow. Keine Ahnung. Reicht. Passt. Ja, passt. So. Was ist das? Code. Code eingeben. Okay, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Was kann ich jetzt machen? Verwenden? Aber der hat keine Waffen. Das ist doch total dumm. Was hast du für eine Spezialfähigkeit? Gar nichts, oder was? Weil du keine Waffen hast. Du bist ja dumm. Was ist mit euch? Oh. Ja, das ist doch nice. Kann ich den so direkt mitnehmen, oder was? Ist ja jetzt die Frage, wenn ich das jetzt auswähle, bleibt der so? Richtig gruselig. Das ist ein bisschen zu dunkel. So sieht man nichts. Was hast du denn noch Schönes? Na, nimm das einfach. Ist jetzt auch egal. Ich werde es ja nur mal ausprobieren. Eben kurz. Ja, passt. Ach, das sah jetzt so aus, als könnte ich mir da ein Rad dran basteln. Das wäre nice gewesen. Eigener, ja. Ne, passt erstmal. Lass mal eigener. Was ist das denn? Och nein. Jetzt habe ich das komplett weggemacht. Ach, Mist, 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 Mist. Wäre ich ihm eigentlich auch eine Frise geben können? Für so eine... Elfenfrise. Ein halber Elf ist das. Okay, passt. Nehme ich mal. Ich will mal wissen... Ne, der kann aber jetzt auch nicht höher springen oder so. Das ist schon mal doof. Was ist mit Gandalf? Gandalf. Ich kann mir dann echt die Helden zusammenstellen. Was ist hier? Halte Mittelerde, die Augen nach Leuten und Kreaturen offen, die spezielle Kostümwünsche haben. Kehre mit dem richtigen Aussehen zu ihnen zurück, um Belohnungen zu erhalten. Das wären dann meine Belohnungen, richtig? Wie komme ich denn jetzt an Waffen dran? Das wäre mal interessant zu wissen. Hm, schade. Ne, er kann nur... Er kann auf jeden Fall nicht höher springen. Und eine Waffe hat er nicht. Habe ich denn jetzt... Gibt es hier irgendetwas noch? Ähm... Okay, da oben gibt es noch zwei Charaktere. Hier haben wir irgendetwas? Ach, da wollte ich ja sowieso hin einmal. Wann löst sich dieses Drachengerede endlich in Rauch auf? Ach, nein, das war er. Oh. Schade. Klappt nicht. Du hast auch nur eine Waffe. Ah, ist auch doof. Okay, da kommen wir nicht lang. Ich muss hier entlang. So, und dann da rum. Hm, hm. Ist doch richtig. Lüg doch nicht. Du sollst nicht lügen. Soll ich das Boot nennen? Ist Boti zu einfallslos? Ne, Boti ist gut. Also das wäre auch so meins, ne? Boti. Boti, Boti. Okay. Hoch die Treppe. Äh, Treppe ist auch gut, ne? Hoch die Leiter. Und dann? Brauche ich wieder ein Elf, oder wie? Ne, 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 ne. Was bringt mir das denn? Wenn ich da nicht hochkommen kann? Das heißt, zu den Charakteren komme ich, kann ich nicht kommen? Oder muss ich da mit dem Boot einfach rüber? Gucken wir eben. Aber ich kann ja nicht aussteigen. Ist das doofe. Da komme ich nicht durch. Okay, ne. Der ist auf jeden Fall hier drin. Und da komme ich wahrscheinlich nur hin, wenn ich da oben irgendwie rumeiere. Und das kann ich jetzt gerade nicht. Da komme ich nicht durch. Ah! Wo ist denn der andere? Ach, der ist noch hier. Das ist richtig aggressiv. So, weg mit dir. Ähm. Ihm hier. Müsste ich... Ne, das war das mit dem Turm, ne? Oder? Das ist der Turm. Ich glaube, das ist der Turm. Da komme ich nicht hin. Da muss ich auf den Dächern irgendwie rumeiern. Und da kann ich ja im Moment nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich da so ein Elf brauche. Der hat mir jetzt irgendwas Schwarzes angezeigt. Keine Ahnung, was es heißt. Da. Da. Ja, aber... Aber wenn ich hier runterfalle immer, dann bringt mir das doch nichts. Nicht! Fallen! Gott, wir treten nicht! Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Geht das auch nicht? Ne. Ach, hör auf. Jetzt komme ich da nicht lang, oder wie? Okay. Bis zum nächsten Mal.